Wo? Wo sind wir? Das sieht mir weder wie eine Stadt aus, noch wie ein Dschungel, Mr. Fleuryxen. Hab keine Angst, Ellie. Hab alles im Griff. Das sind sie. Ellie, es ist wunderschön hier. Wir sind angekommen. Wir sind da, Russell. Ich möchte Sie von oben sehen. Kletter rauf, kletter rauf. Ich darf Ihnen behilflich sein? Ja, ja, von mir aus. Okay, ich kletter rauf. Wasch rauf! Entschuldigung. Wenn du dann irgendwann mal oben bist, kannst du mir nochmal helfen, mich raufzuziehen. Verstanden? Bist du schon auf der Veranda? Ja. Ach, na toll. Da habe ich es so weit geschafft und es ist jetzt auf der falschen Seite von diesem Steinhaufen.